Eine andere Methode, die ein bisschen zu darstellt, ist das Plasma. Ich habe hier die Zeitdachse, das ist der Tempo, die Volumente des Volumens, und da ist die Zeitdachse und dann kann man hier integrieren, und dann kann man hier das integrieren, und wenn ich das auch integrieren, habe ich die Prozessenergie. Man kann den Volumensstrom ändern, den Druck ändern, und dann kann man die Prozesse ändern. Man kann den Volumensstrom ändern, den Druck ändern, und dann kann man die Prozesse ändern. Dann hier ein Beispiel zum Zugang der Energien. Und dann kommt ein bisschen, und es ist sehr, sehr einfach und dann kriegt die Prozesse Wir haben noch eine Seite mit dem Prozess. Das ist das Grund, das ist das Prozess. Das ist das Prozess. Das ist das Prozess. Also, Mathematik ist das selbe. Also, ist das Prozess. Ich glaube, es ist ein Prozess. Eine Frage. Diese Kurven sind teóric- oder teóric- oder teóric- oder teóric- oder teóric- oder teóric-? Es ist einfach gerechnet, wie es die Simulation kalkuliert ist. Hier ist eine Maschine. Aber die Volumen sind dann gerechnet. Das ist die Geschichte mit der Religie. Und dann kommt der Beginn der Kapazität. Die Definition der Kapazität. Dann hier einstellen. Das ist eine konstante Kapazität. Und das hier sind die Richtlosen. Das sieht jetzt ziemlich künstlich aus. Aber solche Ideen werden. Zum Beispiel in der Medizin, glaube ich. Die Energie ist die Fläche wieder. Das integriert an die Fläche. Das ist die Superfläche. Und hier ein Beispiel aus der Medizin. Eine gesunde Blase und eine... in einer Droge und eine Droge. Welches ist das Auto? Und das hier ist das Füllen. Und das ist... Das ist der Niveau. Und das ist das... Esterheisen. Und diese Isterheisen... Das ist die Dissebilität. Das war ein schönes Reich. Ah, ich denke, ich habe keinen Kaffee. Ich habe keinen Kaffee. Und hier ein anderes Beispiel, von Internet, da geht es um Wäden. Zum Beispiel, die Sachen von Internet, die haben die Wäden bekommen. Wäden. Ah, mit den Wäden. Und auch hier geht es wieder um diese Kaffee. Die Wäden sind ja... Die Wäden muss man sich anschauen. Die Wäden muss man sich anschauen. Die Wäden muss man sich anschauen. Aber es gibt nur Beispiele, die man sich anschauen kann. Die Wäden muss man sich anschauen. Ah, ja. Ja, das habe ich gesagt. Ja. Und die Wäden muss man sich anschauen. Zu Widerstand. In der Streubung haben wir, zwei Widerstandes, kommen das, kommen das Typus der Resistenz. Es ist ja so. Nominal, laminar und ... Und ... Soll ich das gleich nochmal ... Das ist von vorne herein ... Beide zu sagen. Ja, desde den Inizio die zwei Konzepte benutzen. Es ist nicht so, dass alles laminar und alles laminar, sondern in den Modellern es laminar und nicht so. Gegenüber der Elektrizität, wo man das Ohmsche Gesetz hat, ist das eigentlich interessanter. In Comparation mit der Elektrizität, mit dem Ohm, ist es viel mehr interessanter. Und ... Da habe ich dann ... Eine ganz einfache Theorie. Wir haben eine Theorie. Ein laminar Gesetz. Turbulente. 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 Und einfach ... Höhere Gipstantien. Die größte Resistenz ist immer ... die Vigente Resistenz. Ja, und in Wirklichkeit ... Es ist viel komplex. In Realität, es ist viel komplex. Hier eine Messkolle. Wir haben eine Messkolle. Auch wieder aus der Physiologie. Auch aus der Physiologie. Auch aus der Physiologie. Und es sieht nicht so schlecht. 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 Und hier ist die Prozess. Die Prozessleisung. Das ist die Prozessleisung. Und hier 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 kann man natürlich sagen ... So die sind wo ist das Hauptzahl ... Oh, ja, ja, bzw. Diehad tiro Equity. Das ist die Prozessleisung. Der Risiko ist die Prozessleisung. Also, noch mal. Where ist das Eine Spektolone, amusementere man? 要 birthenden Kon PRESENktenschrenisung und conditioning um diese Prozessleisung. Und hier ist die Prozessleisung. Und hier sind die Prozessleisung. Das ist das Zu réflori. Vielen Dank. Die Studenten müssen dann auch Experimente machen. Und da ist zum Beispiel ein Experiment. Dann legt man das auch in die Waage. Und dann ist das die richtige Funktion der Zeit. Das ist nicht sehr spannend. Aber das vergleichen wir damit. Aber wir haben es auch mit dem Modell. Mit dem Modell. Und die ja, es ist ein Konstruer. Das ist das Modell. Das ist das Modell. Das ist das Modell. Also wir haben hier die Volumenbilanz. Hier haben wir den Balance. Ja, der Balance des Volumen ist. Dann sind das Verknüpfungsteile? Das sind Flächen, die platzieren. Also auf dem Volumen gibt es die Höhe. Die Höhe als Kurzweil. A través del área Transversal Luego la altura También me da la presión Del otro lado es lo mismo Y tenemos la diferencia de presión Y la diferencia De presión Abajo Influye a la resistencia Pero la resistencia uno tiene que Caracterizar entonces El tubo entre estos dos sistemas Y para esto Hay que poner la resistencia De este elemento Y yo creo que Uno es laminar y uno es turbulento Uno es laminar Y uno es turbulento ¿Y qué es esto abajo? Ah, esto es nada más para calcular El peso Entonces Y luego Entonces zwischen Turbulent und Anmach. Dann kann man das nicht vergleichen mit der Theorie. Dann kann man das nicht vergleichen mit der Theorie. Unten haben wir die Volumenbilanz. Dann die konstitutiven Gesetze. Das ist das Kapazitivgesetz. Und das hier ist das Resistiv. Die Energie ist eine zweite Größe. Das ist die Modellierung der Energie. Die Energie ist ein Teil des anderen. Und in der Mitte ist die Energie. Die Töpfe sind immer integriert. Die Rezipienten in unseren Programmen sind immer integriert. Und die Formel hier drin ist ganz einfach. Die Formel hier drin ist ganz einfach. Die Energie ist ein Teil des Volumen. Die Energie ist ein Teil des Volumen. Die Energie ist ein Teil des Volumen. Und das begleift jeder hier. Und die Energie ist ein Teil des Volumen. Hier aber auch unsere Energie. Es ist ein Teil des Volumen. Die Energie ist ein Teil des Volumen. Und dann geht der Impuls durch und die Energie bleibt dann nicht mehr. Und dann geht es, die Menge an der Bewegung. Und die Energie bleibt, die Energie ist. Sie haben auch hier auch experimentiert, mit einem Wasser mit einem bestimmten Volumen? Oder mit einem Glocken? Oder auch Experimente mit Luftmasse, also mit Ballons, die an der Komplizien. Ich nehme eigentlich hier nur Wasser. Solange ich das jetzt benutze. Aber mit Luft, mit Blasen. Weil ich möchte, dass das Volumen bleibt. Weil er nicht kompliziert wird, wenn der Volumen bleibt. Es gibt keine Variation. Das ist für mich, wie ich will sagen. Für den Minister ist es ein bisschen kompliziert. Hier haben wir die Simulation der Energieströme. Hier ist die Energie. Hier ist die Energie. Hier ist die Null. Das ist die Null. Weil der Druck Null ist. Aber das ist der zweite hier. Das ist der IW2. Das ist der hier. Das ist der Druck Null. Und dann geht der Strom immer mehr zurück. Und dann geht der Strom immer mehr zurück. Und dann geht der Strom. Und dann geht der Strom mit frei. Da wird es die Energie. Die Energie zu bestellen ist viel schwieriger als das Modell. Es ist viel einfacher zu verstehen, die Energie als die Energie. Sie sagen, das ist auch in der Mechonisch. Die Energie ist viel einfacher zu verstehen. Es ist viel einfacher zu verstehen, die Energie als die Energie. Zu Beginn zeige ich die Modelle, auch die Messungen. Also ich zeige immer die Modelle. Ich mache aber zum Teil die Messungen. Manchmal macht er die Messungen. Dann schiebe ich die Messungen. Dann schiebe ich die Messungen. Dann schiebe ich die Messungen. Aber die Übung hier, die müssen Sie selber sehen. Das ist jetzt eine nicht-Lineare Kapazität. Das ist eine nicht-Lineare Kapazität. Mit einer turbulenten Temperatur. Und einer turbulenten Temperatur. Ich möchte ein Kabel. Das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich komme jetzt mal an! Ja, ich mache das bitte mal. Ich komme jetzt mal an. Ich mache es gleich mal an! Ja, ich mache es jetzt. Ich mache es jetzt.